Die Analysten der Experten Group sind sich einig. Der Rising Star 1&1 erhebt sich aus dem Massenhosting und Domain-Geschäft mit einer KMU-konformen, technologisch ausgefeilten und preisgünstigen Public Cloud. Für uns sind natürlich immer die Kundenbedürfnisse Nummer 1. Wir werden immer das Produkt weiterentwickeln, dass alle Kundenbedürfnisse auch in der Zukunft erfüllt werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns weiterentwickeln. Wir werden demnächst auch die neuen Technologien wie Container-Technologie in unsere Produkte implementieren. Wir haben schon sehr vieles geleistet in den letzten paar Jahren. Wir freuen uns, dass wir die Rising Star Award heute bekommen werden.